Hier ist 27 23 63. Nach dem Pfeifton können Sie eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe zurück. Hallo. Ich weiß, dass du da bist. Alex? Ich will dich. Ich will dich jetzt. Es beginnt mit einem Anruf. Ich hatte einen obszönen Anruf. Du glaubst wirklich, ich war es? Vielleicht wünsche ich es mir. Vielleicht war ich es. Ein Anruf. Was wollen Sie von mir? Von einem Liebhaber, den sie nicht kennt. Ich möchte mit dir schlafen. Sie kennt ihn nicht. Ein Mann bei ihr hat nach dir gefragt. Er kennt sie in- und auswendig. Ich glaube, du möchtest gern mit mir reden. Hab ich recht? Seine Stimme ist wirklich sexy. Ich geb dir einen Tipp. Lass dich einfach in kein Gespräch mehr verwickeln. Und dann wird er aufhören, dich zu belästigen. Glaub mir. Sie beginnt ein gefährliches Spiel. Du riskierst dabei dein Leben. Da ist der Kerl. Er kennt ihre geheimsten Wünsche. Ich liebe deine Schultern. Ich weiß, wer du bist. Ihre Ängste. Du bist selber schuld. Überall ist Blut. Anruf mich an oder ich hole dich. Schuss!